Vom Ausgangspunkt dem Mondseer Ortsteil Schlössl sanft ansteigend Wiesen entlang. Auf dieser Tour gibt es viele Banken. Die Banken der Abenteuerung des Eingrisses, die sich mit der Kielabenteuerung des Weltkirchen befindet. Hier die Banken der Abenteuerung des Eingrisses, die sich mit der Kielabenteuerung des Eingrisses befindet. Hier kann man diese Kielabenteuerung über die Kielabenteuerung des Eingrisses. Wir fahren eine kleine Schuhe. schleife wo wanderer eine abkürzung gehen schlafen Spitze Rechtsabzweigung bei Neuhäusl Wanderer Parkplatz Monzeberg Bald beginnt die Schotterstraße Abfahrt zum Rui Zingbach Abfahrt zum Rui Zingbach Abfahrt zum Rui Zingbach Achtung nach der Rechtskurve gibt es einen Schranken Schottergrube Riederschwan Abfahrt zum Rui Zingbach Nach dem Gasthaus zum Fidelen Bauern kommen wir an der Hubertus Kapelle vorbei Radweg an der Hauptstraße mit Skulptur einer roten Kuh Gerade fahren für die weitere Tour oder bei der Unterführung unter TH1 scharf linksabzweigen zur Runde um den Höblings Kugel an der Hubertus Kapelle an der Hubertus Kapelle Badeplatz Läubigl Innerschwand Badeplatz Läubigl Innerschwand Wunderschöne Mondsee Uferradweg Badeplatz Läubigl Innerschwand Badeplatz Läubigl Innerschwand Jachthafen Mondsee Zu Corona Krisenzeiten die ausgestorbene Seepromenade in Mondsee Zu Corona Krisenzeiten die ausgestorbene Seepromenade in Mondsee Badeplatz Läubigl Innerschwand Badeplatz Läubigl Innerschwand Badeplatz Läubigl Innerschwand Das war's für heute. Beim Vita Club Fitness Studio Mondsee gibt es eine schöne Allee. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.